Hier präsentieren wir die 5 beste Fahrradschloss-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Fahrradbügelschloss mit Kabel. Aufbruch zu einem Fahrradabenteuer natürlich. Und wie wählt man Sterben richtige Ausrüstung zum Mitnehmen aus? Unser Viavelo-Designer Teamhut unseres Viavelo-Schwerlastfahrrad-U-Schloss mit Kabeln entwickelt, um sicher, langlebig und einfach zu bedienen zu sein. Nehmen Sie Ihr Viavelo-Schloss überall hin mit, mit unserem praktischen, verstellbaren Montagebügel, der für 20-42 mm Fahrradrahmen geeignet ist. Mit dem handlichen Kabel-Infos finden Sie ein zusätzliches Fahrrad, einen Anhänger- oder Zubehör verriegelten. Es gibt keine bessere Wahl als das Viavelo-Fahrrad-U-Schloss mit vandalismus-sicherem Kabel. Nummer 4. Abus-Fahrradschloss Iwe 9100-170 Die Abus-Iwe 9100 ist ein Riese. Unter seiner Stoffmandel verbirgt sich eine erhebliche Stahlkette, mit dem man Schiffe sichern kann. Hatte das Schloss ein Gesicht, wäre es nur böswillig, lachte über unsere erbärmliche Bolzenschneiderhaben. Die Sicherungsvorrichtung ist zusätzlich teuer und widersteht auch Anstrengungen sicher auswählen. Die Abus-Iwe 9100 ist eine ausgezeichnete Wahl im Hause für die Verkettung, jedoch wollen Sie es nicht mit Ihnen nehmen, weil es dafür einfach zu hart ist. Klappschlösser sind schön und auch tragbar, aber haben in der Regel einen Trek-Rekord für weniger geschützt. Die Abus Bordeaux 6000 Programme, dass es eine zusätzliche Möglichkeit ist. Wo die meisten Klappschlösser keine Chance in unserer Untersuchung gegenüber dem Bolzenschneider stehen, blieb das Bordeaux 6000 definitiv resistent gegen unsere Angriffe durch seine außergewöhnliche Handwerkskunst und die starke Festigkeit des Stahls Gebrauch gemacht. Das zentrale Element ist die erweiterte gemeinsame Bau und Konstruktion. Vielen Dank an die getesteten Politik-Politik. Die spezifischen Web-Link-Stäbe können im Vergleich zu jedem verschiedenen anderen gedreht werden. Dies bietet dem Schloss, um die erforderliche Größe für den Anschluss. Nummer 2. Abus Granit X Plus Wenn Sie ohne Wenn- und Aber auf der sicheren Seite sein wollen, bestellen starken Stahl und schützen Sie Ihr Fahrrad mit dem Bügelschloss Abus Granit X Plus 540. Jede Schraubeschneider beißt sich die Zähne auf der Klammer sowie das einzigartige Befestigungssystem der X Plus Schlösser für Verriegelungskommissionierer berüchtigt ist. Der Granit X Plus 540 hat das größte Machbarmaß an Sicherheit für Abus Fahrradschlösser. Die patentierten 13 mm quadratische parabolische Halterung mit ähnlich Paten Abus Powercell Innovation sowie das Premium Abus X Plus Kyndryker Allrohr bietet extrem hohen Schutz gegen Paten sowie andere Gewaltkontrollversuche auszuwählen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Abus Panzerkabel Schloss Ibera Stil Oflex 7200-110. Die Abus Ibera Stil Oflex 7200 ist ein schwieriger Gegner für jeden, der an dem Gerätespeicher tatsächlich nicht vollständig Aufhalte hat. Vor mit nur einem Gerät können Sie nicht klein bekommen. Es ist nicht narrensicher, jedoch dauert es viel Mühe, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Diebes dauern wird. Es ist ziemlich leicht, sehr anpassungsfähig mit Umgang und auch nicht, dass du die Welt nicht zurückwerfen. Dies macht die Abus Ibera Stil Oflex die beste Option für viele Radfahrer. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.